5 Amazon News aus den letzten 4 Wochen. Teure Impressions, wertvolle Kooperationen und neue Metriken für Sponsor-TV-Kampagnen. Klingt spannend, ist es auch. Deswegen lasst uns direkt einsteigen. Bis Nummer 1. Sponsor-TV-Signals sind jetzt verfügbar. Sponsor-TV ist der neue heiße Scheiß. Und wir wissen, dass es eine Megasache ist, um TV und E-Commerce zusammenzubringen und ein bisschen auch zu revolutionieren, ehrlicherweise. Nämlich die Art und Weise, wie Leute auf Amazon Prime mit Werbung konfrontiert werden und dann später eventuell diese Produkte tatsächlich auch suchen und kaufen. Wie geil ist das? Und nun hat Amazon uns neue Metriken dafür zur Verfügung gestellt. Zum einen in der AMC, dass ich meine eigenen neuen Attributionsmodelle bauen kann, um zu sehen kann, welche von meinen Leuten, die die Werbung gesehen haben, die TV-Werbung, packen denn dieses Produkt auch wirklich in ihren Warenkorb, machen eine Brandsuche und so weiter. Mega spannend, aber auch in der Advertising-Konsole gibt es neue Metriken. Und es sind vor allem zwei Metriken. Add-to-Card und Detail-Page-View. Add-to-Card heißt, okay, die Leute, die meine TV-Werbung gesehen haben, haben später auch das Produkt in den Einkaufswagen gelegt. Ist auch schon relativ weit weg vom Funnel. Oder am Ende des Funnels. Die zweite Metrik, Detail-Page-View, ist noch spannender, weil sie noch früher dran ist. Also die Leute, die meine TV-Werbung gesehen haben, haben sie sich auch wirklich das Produkt auf Amazon später angeguckt. Wie geil ist das, dass wir diese Informationen jetzt bekommen und noch eher unsere TV-Werbung steuern können. Also nicht nur auf den Kauf, sondern noch viel früher im Funnel, nämlich auf die Detail-Page-View. News Nummer zwei. Amazon hat die Ausspülung der Kampagnen ausgeweitet. Danke erstmal an Philipp Wicker für das Spotten dieser News. Denn diese wurde gar nicht angekündigt. Die sieht man einfach, wenn man mal in die Kampagnen-Performance reinschaut. Worum geht's? Ihr macht Product-Targeting und targetet eure Produkte auf Kategorien und filtert die und verfeinert die auf bestimmte feinere Kategorien und feinere Marken. Dann könntet ihr davon ausgehen, dass dieses feinere markenspezifische Kategorie-Produkt-Targeting auch wirklich sehr fein und eng ist. Und beispielsweise, wenn ihr das auf die Marke Snox eingrenzt und Snox-Produkte eingrenzt, auch wirklich nur Suchbegriffe triggert, die irgendwie schon sehr eng im Zusammenhang stehen mit den Snox-Produkten. Nix da. Philipp hat herausgefunden, dass das ganz und gar nicht zusammenpasst. Bleiben wir beim Beispiel Snox. Ich mache mein Produkt-Targeting, feinere das runter auf Snox-Marke, dann möchte ich doch nicht zu Adidas Herren ausgespielt werden. Das passt überhaupt nicht zusammen und zeigt uns, wir müssen ganz genau die Kampagnen-Performance analysieren und wirklich in den Suchanfragebericht reingehen, wie gut passt es. Wenn ihr eure Kampagnen sowieso immer auf Ziel steuert, habt ihr implizit alles richtig gemacht. Aber schaut lieber nochmal nach, wie groß das Unheil in eurer Kampagnen wirklich ist. Fürs Nummer 3, in Englisch aufgepasst, Brand-Tailored Promotions haben neue Audiences bekommen. Wovon spricht der Junge? Mit den Brand-Tailored Promotions können wir auf Basis von bestimmten Audiences ganz bestimmte Zielgruppen, also mit Coupons ansprechen. Leute, die at risk sind, also unsere Produkte nicht mehr kaufen, einen speziellen Coupon geben und zum doch vielleicht kaufen überzeugen. Und Amazon hat uns drei neue Audiences bzw. Zielgruppen geschenkt, die wir jetzt ansprechen können mit Hilfe von Promotions. Audience 1, Declining Promising. Worum geht es? Es sind Kunden, die in dem letzten Jahr Produkte von mir gekauft haben, aber wahrscheinlich in dem nächsten Jahr weniger ausgeben werden. Die kann ich ansprechen. Audience 2, Declining Top-Tier Kunden. Das sind die Kunden, die absolut besten Kunden des letzten Jahres, die wahrscheinlich auch dieses Jahr weniger ausgeben werden. Also sehr ähnlich zu der ersten, aber auch die sehr spannend, denn ich will sie doch loyal halten. Was kann ich machen? Sie vielleicht mit diesen Promotions ansprechen. Audience 3, Promising. Das sind die, die schon mal gekauft haben, gelegentlich gekauft haben und die gleichzeitig überdurchschnittlich hohe Warenkorbwerte haben. Die sind doch Promising, oder? Und auch die kann ich nun mit den Promotions ansprechen und vielleicht zu einem Kauf überzeugen. Danke, Amazon, für das Update. News Nummer 4, die Landingpage auch nach dem Launch meiner Sponsor-Brands-Kampagnen anpassen. Danke, Amazon, dass du uns erhört hast. Ihr alle kennt es, ihr macht eine Sponsor-Brands-Kampagne, eine Sponsor-Brands-Anzeige, habt alles geil vorbereitet und dann könnt ihr es nicht mehr ändern. Obwohl ihr vielleicht nochmal eine Sache testen wolltet. Ihr wolltet nochmal eine Sache ausprobieren. Mist, alles nochmal neu. Neue Kampagne. Nicht mehr. Ihr könnt jetzt die Landingpage editieren und einfach ändern, ohne alles nochmal neu zu machen. So könnt ihr schnell A-B-Tests machen, schnell die Landingpage optimieren und seid näher dran. Also habe ich ehrlicherweise nie so richtig verstanden, warum es das überhaupt gab, aber nun kann ich es editieren. Passt auf, dass ihr am Ende wirklich die Änderung, die ihr vornehmt, auch nachverfolgen könnt. Also nicht jetzt was ändern, sofort was ändern und am Ende verliert ihr den Überblick. News Nummer 5, neuer Qualitätscheck des Produktlistings. Wir alle wissen, was Amazon eigentlich vorhat. Wir sollen Werbung machen. Bitte so viel wie möglich, aber das bitte natürlich auch aus eurer Sicht bei den sinnvollen Produkten, die gut funktionieren, die eventuell erfolgreich sein könnten. Und was hat Amazon jetzt für ein kleines, schönes Feature gelauncht? Bei der Kampagnen-Erstellung wird euch Amazon, wenn ihr Produkte hinzufügt, die ihr bewerben wollt, zeigen, ah, das Produkt ist wirklich gut und es erfüllt die Minimalanforderungen an unsere Retail Readiness. Da sprechen wir seit Jahren von, wie wichtig das ist. Und Amazon zeigt uns jetzt auch, okay, wenn du dieses Produkt hinzufügst, ja, das erfüllt die minimalen Kriterien, die wir haben. Und es könnte wahrscheinlich auch einige Klicks einkaufen, wenn ihr das Produkt bewerbt. Am Ende folgen wir so Amazons Zielen, aber natürlich auch unseren und wissen sofort, okay, dieses Produkt ist eventuell nicht so richtig gut, aber jenes. Am Ende ist es gut zu wissen, wie Amazon unsere Produkte einschätzt und wir können Werbung draufschmeißen, wenn Amazon sagt, Daumen hoch. Nettes Feature, kein Game Changer, aber nice to have. Das war es auch schon wieder mit den Highlights der letzten vier Wochen. Mich würde es freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr noch eine Frage habt, natürlich einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.